Hier sind wieder Zitronenheim und Papagei Und heute sind wir hier wieder beim Tandem Jetzt tritt das ein, was wir eben gesagt haben und zwar die Gegner passen jetzt nicht mehr so gut Die sind jetzt besser und Das ist richtig Wir müssen heute mal hier wieder mal ein bisschen gucken und aufpassen Das Spiel reinbekommen wird es länger dauern Das ist richtig Und ich bräuchte immer einen Bauer Bauer? Kriegst du nicht? Dann haben wir ein Problem Du bist schon wieder Ja Das Problem haben wir So oder so Habt du einen Bauer fix oder nicht? Er setzt sich matt in zwei oder nicht? Richtig Es ist leider so Ich kann es nicht mehr ändern Er hat mich wieder matt gesetzt Dafür können wir Vielleicht gehen wir jetzt wie schlecht bewegt Ja das Kann schon passieren Nee die sind gut Sag Sag So 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 der Opfer hat ja schon wieder rein Oh Du siehst es ist wirklich immer das gleiche Ja das stimmt Du weißt vorher schon genau was zu tun Leider ist es so Ja scheiße Aber wenn es durchzuhalten wie ihr seht Und guck mal was wir jetzt machen Nichts geben soll Wenn es geht Gut dann geben wir null Da geben wir null Ist kein Problem Es wird nichts gegeben Okay jetzt geht es hier einigermaßen 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 Ja wir sind leicht in der Boudouille Gib kein Bauer eben mal kurz Also Bauer kriegt der nicht Du hast die schwächste Figur rausgeholt Richtig Nicht gut Ausgerechnet Und wir haben ein kleines übles Problem Wir sind nämlich gleich wieder matt Ja Ja so ist das Ja so ist das Nichts Und mich hat er durch den Springer matt gewinnt Acht Scheiße Ich wurde matt Wie du hast vor mir matt Oh Ja Da muss man sagen Ich bin nicht der einzigste Ja Wir haben halt Schwere Gegner Muss er leider wirklich dazu sagen Ja Aber gut Da müssen wir halt durch Es gibt auch mal schwächere wieder Und es gibt auch wieder mal stärker Ich bräuchte mal einen Bauer Dann hätte ich gewonnen Was Ich brauche einen Bauer Dann habe ich gewonnen Du hast recht Ich kann mir erstmal nur ein Springer geben Ich gebe dir das Ich gebe dir das Ich ziehe nicht so lange Ich ziehe wirklich nicht so lange Weil es kriegen wir hin Weil ihr seht ja Warum ich jetzt nicht ziehe Wenn ich einen Bauer einsetze Ist er mich mit matt eingesetzt Das Problem ist Der Gegner weiß Er sieht es und er zieht nicht Weil er hat 10 Punkten mehr Oh und was machen wir an dieser Stelle Ah nein Du musst das anderes machen Und wir stehen jetzt schlecht da Er ziehe ich halt mal Es ist leider so Leider Gottes Ich habe die Chance Aber ihr seht ja Wenn der H6 spielt Dann ist die Chance immer noch da Ja genau Jetzt hast du mehr Zeit Jetzt ist wichtig Ja die Chance ist noch da Jawohl Ich ziehe nicht Wir haben mehr Zeit Wir haben Wir haben es Wir haben es So geht das Wir gewinnen auch mal gegen Gute Jetzt gehe ich Hä ich glaube die Gegner ist nicht mehr da Nein der Gegner wird noch da sein Also deine auf jeden Fall Weil die gehen manchmal auch einfach weg Ja dann haben wir trotzdem gewonnen Ich sage ja dann lassen wir die Zeit laufen Und wir haben gewonnen Die Zeit wird hier jetzt ablaufen Wir haben ja gewonnen Deine Zeit ist Gott sei Dank Ist es sehr gut Unsere Zeit Also einmal 10 hat ja auch schon was gebracht Muss man schon sagen Ja natürlich Vor allen Dingen Der Gegner hat ja hier D5 gemacht Das war nämlich auch ein falscher Zug Und damit konnte er nichts machen Auch H6 wäre falsch gewesen Richtig Richtig Und diesmal habe ich es wieder geschafft Na Gott sei Dank Manchmal passieren auch mir dumme Fehler Ist klar jeder macht mal Fehler Aber so ist es halt beim Tandem Aber diesmal habe ich es wieder gut gemacht Und beim Zitronenheil sieht man ja auch Darf da der Springer wieder vorne Als weiß in Angriff ist Wenn ihr da ein bisschen Druck gemacht Ja toll Was glaubst du herum das war Weil ich Damit ich hier den VW sehe Damit ich nie Matze Richtig Genau Man muss auch abends mal So sehen Wenn der Gegner Dann auch mal einen Fehler macht Oder auch meinen Mitspieler Mal einen Fehler macht Dann so Darf ich dann auch direkt gewinnen kann Und dann ist das natürlich auch eine gute Sache Ja Ja deswegen auch Nicht Matze Sondern lieber einen Zuformat auf Dann kann der Partner immer noch was machen Richtig So jetzt gewinnen wir gleich Vielleicht Spielt er auch nur mit der Zeit Das heißt er muss dann ganz schnell ziehen Der zieht dann eine Sekunde vorher Und dann nicht zu schnell ziehen Das kann sein Das wäre natürlich eine dämliche Sache Wir haben gewonnen Gott sei Dank Wir haben gewonnen Wir machen mal eine neue Partie Und jetzt haben wir natürlich Schwarz wieder Mit Schwarz bin ich nicht so gut Als mit Weiß Leider ist das so Das muss ich leider auch zugeben Das ist richtig Aber das ist auch klar Weil Weiß halt Das Tempo hat Aber lass es nicht einzig Mal sitzen Das hatte ich eigentlich nicht vor Aber es ist gefährlich Weil die Dame jetzt da draus Zieh der Springer G5 Die Dame ansteigt einfach Das machen wir auch so Ja manchmal Richtig Und ich bräuchte mal ein bisschen was Ja du brauchst immer was Ja das ist doch klar Ich brauche immer was Aber er hat mir auch was gegeben Da muss ich auch was tun Ja tu mal was für dein Geld Das ist richtig Aber der zieht nicht Was soll ich dazu sagen Das ist gut Und das da ist auch gut Weil das lassen wir uns nicht bieten Darf wir uns Richtig Springer ist gut Weil Springer hilft uns Da können wir nämlich die Dame jagen Springer hilft uns gut Ja ich greife jetzt mal an Ich greife mal die Dame an Ich tue mal die schwester Figur Erstmal schön immer attackieren Also ich bin momentan in Angriffslaune Und du kriegst jetzt auch mal einen Bauer Weil den gönne ich dir Weil der war jetzt vor free Und ich greife wieder die schwester Figur an Habe ich gehört Wieder ein Bauer Aber jetzt nehme ich auch den Läufer an Ja gebe ich dir vollkommen recht Und jetzt kannst du den Springer wieder anfassen Richtig So muss es auch sein Immer schön auf Angriff gehen Jetzt kannst du noch irgendwas bestimmt gebrauchen Ja Ich könnte noch mal einen Springer bebrauchen Habe ich gehört Ja Springer ist wahnsinnig ganz so gleich Ich werde mal meinen in der Mitte decken Bei der Kutis Ja schade Ich gebe dir mal einen Bauer Bauer ist gut Den kann ich gebrauchen Weil jetzt macht er hier Aber gerne Das kannst du ganz jetzt rüber Mach ich gerne So jetzt hast du drei Bauern Tu mal was Leider ist die Dame jetzt auch ein bisschen pausend Das ist ja kein Problem Ich werde jetzt erstmal Stopfe die Löcher mit dem Bauer da Richtig Ich stopfe G7 ganz gefällig Da setzen die dann immer eine Mauer ein Also einen weißen Du musst auf G7 unbedingt zum Ich werde jetzt erstmal die Dame angreifen wieder Ja Ist so gut Ja stimmt leider Ich muss hier G7 machen Da habe ich leider G7 ist schon notwendig Das stimmt leider Also ich brauche mal einen Bauer Das ist leider so Und wir wollen mal gucken Was wir jetzt hier machen Ah einen Bauer habe ich bekommen Dann stoppen wir doch mal direkt die Löcher Das war leider das verkehrte Feld Ja Wir decken jetzt Ja ich versuche mal die Dame zu tauschen Er macht es sogar Dann ist es doch Mir ist sogar gut für mich Kommt direkt die Pampere rein Sehr gut Ja 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 das ist gar nicht mal schlecht Daniel ist tot machen zwei Ja die fällt mir Ja bei mir ist ein bisschen Probleme Aber nur ein bisschen Ah scheiße das darf nicht die Dame Gib ihm keine Figuren dann ist es gut Was noch mal Also gib ihm bitte nichts Nein Und achte bitte mal auf deine Zeit Ah der hat erstickt das Matt gefunden Ah toll Ah da haben wir leider verloren Aber sowas passiert halt mal Irgendwann steht nun matt da Das hat passiert Jetzt haben wir aber in 1100er Also im Moment haben wir keine 2000er Das finde ich schon mal wichtig Das ist richtig Aber der ist ja ein bisschen schlechter Ich bräuchte noch mal ein Springer wenn es geht Gleich Ja Es geht leider nicht so schnell gehen Du kannst ruhig auch einfach nicht ziehen Weil der zieht auch sehr langsam Ja ja Toll Das sind die Frage Die zügige Die zügige Die zügige Die zügige Brauchst du noch Springer? Äh ja Läufer oder Springer Glaube ich Hilft mir Okay Ja ich versuche es aber als Bauer noch Weil es ist auch so eine komische Stellung Also Bauer Bauer ist auch sehr gut glaube ich Aber außen nicht Das sieht doch gar nicht richtig aus Deswegen überlege ich gerade Was kann man denn da machen? Erstmal nochmal ein Schach Schach ja Ist klar der aber das macht Ich muss was ziehen Ich zieh da hin Ich habe dieses jetzt verstopft Mit verstopfen Ja der stopft auch die Löcher Springer ist schon mal gut Springer kannst du deine Gabo machen Ja jetzt nicht mehr Weil äh Ja Der Läufer hängt Das wissen wir Das haben wir ja schon gewusst Ich bin auch wieder irgendwas Die Frauen Ihr nehmt zieht der Gegner nicht Der Gegner macht komische Sachen Nee der macht nicht komische Sachen Sondern er greift ab Ja deswegen sag ich Er macht komische Sachen Das ist nicht komisch Das ist verloch Das kommt davon Wenn ich keine Sachen bekomme Du hast einen Springer bekommen Tu was Oh ja Ja jetzt habe ich jetzt meine Dame mal leider hingestellt Und sieht bei mir nicht gut aus Ja das war alles sehr Und er hat eine Dame Er setzt mich matt fast Ja ja Nee er setzt mich matt Warum hat er denn da Er so macht Wie ich eben mal gesetzt So macht er ja gar nix Finde ich ja gut Du siehst was ich meine Ich muss wieder in Höhe nicht raus Ich werde ihm mal Schach setzen Du hast einen Bauer Du musst ihn noch nutzen Ja ich nutze ihn nicht Gut Weil ich habe jetzt mal ein bisschen hier Er kann nichts machen Momentan ist gut Dann setzen wir ihn wieder mal Schach Weil momentan habe ich ihn erstmal mit Schach und sowas Erstmal so ein bisschen Druck Immer schön beschäftigen Richtig So was machen wir denn da Beschäftungstherapie Richtig Ich bräuchte irgendwie noch mal was Ja warte denn Müsstest du mal sagen Ja ich überlege ich überlege Erstmal ein Schachada Schachada ist immer gut Komm dann hätte wir mal Bauer 1 Ja Da Da Springer für mich wäre stark Ja Da müssen wir mal gucken Dann könnte ich mich noch bitten Gut Ich probiere Ich muss mich ja auch hier noch bisschen Da muss er auch Aber guck mal du kannst ihn noch abtauschen Ja leider Ah shit Da kann ich noch nachher gehen Und er sollte jetzt Äh du wolltest hier ein Springer haben Dann kriegst du einen Ah danke Und ein Bauer noch Pausch den ab oder so Ja mit Schach kann ich ihn abtauschen Mit Schach kann ich ihn abtauschen Ja mit Schach kann ich ihn abtauschen Leider hast du die schlechte Zeit Das ist richtig Ich muss mit Schach machen Ja Ah egal das geht hier Ja das ist mal am nächsten Sehr gut Sehr gut Nur nicht matt werden jetzt Mach Schachs ja Immer Schachs machen Denk an die Zeit Deine Zeit ist sauknapp Du musst ziehen Ah ok hat gezogen Punkt Ah nein Ah es geht gerade noch so für ihn Nein Ah ich muss schweißen Nein Schach und die Dame kriege ich Die Dame Die brauche ich jetzt um matt einzeln Gut Gebe ich dir Du kriegst die Dame Du kriegst die Dame Geil Höh Schwarz hat gewonnen Nein Er hat einen Springer gehabt Ja sowas passiert halt Und jetzt werden wir das so machen Wir verabschieden uns jetzt erstmal von dem Video Und werden dann das nächste Video auch da wieder machen Und Bitte nicht das Liken vergessen Abonnieren vergessen Was es noch alles gibt Und so weiter Genau Und bis zum nächsten Mal Euer Papagei Und Und Meckers ohne Vielen Dank.